Der japanische General Yamashita, der sich als Führer einer militärischen Studienkommission zur Zeit in Deutschland aufhält, überbrachte dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, als Geschenk der japanischen Armee ein Samurai-Schwert. Mit der Übergabe brachte der General zugleich die Bewunderung des ganzen japanischen Volkes für die Leistungen der deutschen Wehrmacht zum Ausdruck. Untertitelung des ZDF, 2020